Das Stimmungsbarometer des Publikums erreicht derweil den Skalenbereich Derbe ausgelassen. Auch der glatzköpfige Rapper mit dem lustigen Namen Bösemann schaut schon ganz schön Bösemann. Ganz klar, Image ist alles und Klischees sind schließlich dazu da, erfüllt zu werden. Ich finde es eine super Sache. Nur bis jetzt waren wir es noch Fliegengewicht. Also ich würde schon ganz Schwergewichtkämpfer sehen. Also ich sag mal so richtige Kanacken von der Straße ohne Handschuhe. Ein bisschen mehr aggro sein, weil es ist ja kürzlich kämpft. Gut, weil ich schon mehr gern aggro, ein bisschen wie fett gesehen. Aber mal schauen, vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht kann er ja nachher Bösemanns Hoffnungen auf die Straße kommen.